Könnt ihr euch noch an die Zeit erinnern, wo Krypto verboten worden ist? Wo es hieß, Bitcoin und Krypto an sich sei oder dient nur der Geldwäsche? Oder es ist illegal? Oder es zerstört die Umwelt? Diese Zeit sollte uns allen bekannt sein. Und Freunde, ich bin verdammt wütend, verdammt sauer, weil hier tatsächlich illegale Machenschaften ablaufen. Aluhüte auf, Freunde, ganz einfach. Wenn wir sowas machen würden, du oder ich, dann wären wir sofort im Knast. Aber die Leute, die das machen hier, laufen noch frei herum. By the way, ich höre mich so komisch an, hatte letzte Woche eine Kiefer-OP. Und wie immer freut es mich sehr, dass du hier auf meinem Kanal bist. Gehöre zu den 10%, du weißt, was zu tun ist. Ich will mal sagen, wir starten direkt mit dem Video. Zuallererst Krypto-Verbot. Wir alle kennen die Zeit, es war eine scheiß Zeit. Und jeder wusste so nicht richtig, wird Krypto verboten, wird Krypto nicht verboten. Hier haben wir jetzt die offizielle Stellungnahme, die offizielle Antwort von der internationalen Währungsfonds, dass sie eingeräumt haben, dass ein Verbot von Krypto auf langer Sicht möglicherweise kein praktischer Ansatz ist. Das heißt, sollten wir irgendwann mal durch die SEC oder durch andere übergeordnete Schnittstellen ein Verbot ausgesprochen bekommen, kann man natürlich auch das hier zur Grundlage nehmen, weil hier dann auch ein Konflikt entsteht. Dann müssen die beiden das hier ausfechten miteinander, ob das jetzt wirklich auf langer Sicht verboten werden kann oder nicht. Deswegen, gute Sache, by the way, keine gute Sache oder eher gemischte Bauchgefühle, geht es um EDX. Jeder, der meinen Kanal verfolgt, ihr wisst, was das Ganze ist. Ihr wisst, was das bedeutet. Die einzelnen Börsen, die jetzt gestartet werden, mit der Mitarbeit von Citadel, Fidelity Investments und auch Charles Swap, wollen jetzt eine Börse launchen und die Vermögenswerte werden hier tatsächlich so gehandelt, dass man nur die Preise handeln kann, aber die Vermögenswerte selber nicht. Ob man das gut oder schlecht sehen kann, ist erstmal so dahingestellt, aber schauen wir auf Gary Gensler. Das ist krass. Wir alle kennen die Story, wo Coinbase eingeklagt worden ist, wo Binance angeklagt worden ist, wo wir Unsicherheiten in Cryptospace hatten, wo auch teilweise gesagt worden ist, dass alle Cryptos da draußen Wertpapiere darstellen, aber nur Bitcoin nicht. Und auf einmal, und auf einmal kommt eine Börse mit hochkariertigen Akteuren, die wirklich sehr, sehr viel Geld haben, die natürlich von diesem Kuchen was abhaben wollen. Die Struktur, nämlich dieser EDX, die jetzt bald auch kommt und gelauncht wird, sieht nämlich so aus, dass man die Preise, also ähnlich wie in der Aktien Stock Exchange auch handeln kann, nur die Preise handeln kann, aber nicht die Cryptos selber, weil es ist eine Börse ohne Verwahrung. Und Gary Gensler sagte hier an dieser Stelle, dass genau diese Rollentrennung, genau das ist, in den letzten Monaten gefordert hat, also wie scheinheilig ist das Ganze eigentlich, ja, wie, was für eine Doppelmoral. Und er sagt auch, dass diese Trennung, ja, diese Kernfunktion trägt dazu bei, die Konflikte zu meldern, die bei der Zusammenlegung solcher Dienste entstehen können, sagte Gensler. Und das ist einfach nur so hinterfotzig, ganz einfach. Du kannst es dir nicht ausmalen und genau das ist die Zukunft von Brokern, ganz einfach, von Stock Exchange, von Crypto Exchanges und das soll die Zukunft sein. Denn genau diese Rollentrennung, ja, ist genau das, was die SAC für sich als optimal ansieht. Wobei eigentlich damit du die Freiheit von Crypto entziehst, wenn du die Assets selber nicht halten darfst, nur die Preise hin und her eben auch tauschen kannst. Okay, da hast du mal dahingestellt, wir wissen, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr hässlicher Move und ich bin echt gespannt, inwiefern das noch ein Nachspiel haben wird. Aber, und hier hatte Forbes 303 befragte professionellen Anlegern, die wirklich große Gruppen repräsentieren, eine Umfrage gestellt. In dieser Umfrage geht es nämlich darum, dass genau 82% der Anleger sowohl Bitcoin als auch Ethereum positiv gegenüberstehen und 88% angaben, dass sie und ihre Kunden über eine Investition in Crypto nachdenken. Okay, wir haben zuallererst, verbieten sie dich, dann beobachten sie dich und dann können sie dich nicht mehr verbieten, weil einfach eine zu starke Präsenz auf dem Markt besteht und dann versuchst du das zu zerstören, indem du diese Monopolstellung für dich behältst. Es ist ganz klar, es ist so logisch, eigentlich müsste jeder Hans und Franz drauf kommen, natürlich greift Gensler, Coinbase, Binance und alle anderen da an und verunsichert auch die Anleger, dass Kryptos illegal sind und alles Wertpapiere darstellen und dadurch der Markt crash, damit natürlich solche Riesenunternehmen auch diese Monopolstellung auch für sich einbeziehen können. Ich bin mir sicher, Binance, Coinbase, die werden sich das nicht gefallen lassen, die werden sicherlich da die ein oder anderen rechtlichen Schritte dagegen einleiten, aber es ist sowas von logisch, sowas von logisch, dass auch diese Monopolstellung zerstört werden soll, Binance, Coinbase und selbst dann die Marktanteile auf sich übertragen wird, damit große Big Player, die wahnsinnige Lobbyarbeit leisten, By the way, auch ein Stück für diesen Kuchen abhaben. Ist das eine hässliche Praktik? Ja, absolut hässlich, wird nämlich auf deinen und auf meinen Nacken ausgetragen, weil wir sind die Leute, die dann letztlich Geld verlieren und die Projekte dann nach und nach dadurch scheitern, weil einfach das Kapital auch fehlt, weil die ganzen Treasury Wallets dann überaus wenig im Volumen eben auch sind in den Assets, ist das gut für Krypto? Ja, fairerweise muss ich sagen, es ist gut für Krypto, denn wenn EDX eingeführt wird, dann ist das so zu betrachten, dass erstmal vier Coins jetzt sehr handelbar sind, aber umso mehr Coins hinzukommen, umso mehr Volumen, umso mehr Liquidität wird in den Markt hinzugeführt, umso mehr Institutionelle haben die Möglichkeit, Kryptos zu kaufen und natürlich haben auch viele andere Unternehmen dann die Möglichkeit, in die Landschaft von Krypto auch mit einzutauchen. Wird es den Bullrun auslösen? Womöglich, denn wenn wir darauf mal schauen, wir befinden uns in einer sehr, sehr guten Richtung, äh, das siehst du jetzt glaube ich nicht, du musst es mal so machen, so, wir befinden uns gerade in einer sehr, sehr guten Richtung, so, wir sehen hier den ersten Bullrun 2011, wir sehen hier den zweiten Bullrun 2013, also wir sehen hier diese einzelnen Bullruns, die wir in der Vergangenheit sehen und tatsächlich stehen wir kurz bevor, wir sind dabei, ne, wir haben viele, viele schlechte Nachrichten gesehen, wir haben viele negative Nachrichten gesehen, jetzt sehen wir nach und nach gute Nachrichten, wir haben BlackRock, wir haben Winsome 3, die ihre einzelnen ETFs einreichen wollen und wir haben viele, viele Akteure, die auch ein Stück von Krypto abhaben möchten, denn Krypto sorgt dafür, dass viel mehr Potenzial, viel mehr Geld, ja, das ist der Hauptpunkt, viel mehr Geld, eben doch ein Herrgeld und, das ist nämlich auch eine positive Sache, die Leute wollen Krypto, ja, du musst als Unternehmen, um erfolgreich zu bleiben, musst du das anbieten, was deine Kunden wollen und genau das ist das, was die Kunden sehen wollen, die wollen Kryptos und das wird auch womöglich den nächsten Bullrun auslösen, wir sind kurz davor, es kann sein, dass wir hier nach und nach weiter gute, gute Nachrichten bekommen werden, sodass irgendwann mal das Ganze in eine Euphorie übergeht und dann der Fumo dann kickt, ja. Kommen wir zu Peak Shield. Peak Shield hat nämlich hier folgenden Beitrag auch nochmal geäußert, es geht um BNB, das ist eine wichtige Information, wir alle sollten es wissen, denn wenn der Preis von BNB durchschnittlich 220 Dollar erreicht, dann werden insgesamt 255 Millionen US-Dollar liquidiert. Das Ganze ist anhand eines Exploits im Venus-Protokoll zurückzuführen, wo dann auch die Liquidierung dieses Preises mit angesetzt worden ist, das heißt im Umkehrschluss, und wir können davon ausgehen, dass wenn der Preis durchschnittlich 220 Dollar erreicht, dass es hier einen massiven Ausverkauf geben wird. Viele Leute wissen über diesen Umstand Bescheid, viele Leute, die wirklich mehrere Millionen BNB haben, wissen und kennen diese Information. Das bedeutet, wir werden hier mit einem Ausverkauf rechnen und lasst uns das mal positiv nutzen, ich werde tatsächlich eine Short-Position auf BNB eröffnen im Bereich 219 Dollar. Ich werde diese Short-Position etwas erhöhen, aber werde die einzelnen Hebel nicht so hoch setzen. Ich denke mal so 2, 3 sollte okay sein, damit ich nicht in die Liquidierung komme, sollte der Preis dann wieder nach oben dampen. Aber natürlich nutze die Börse Maxi ganz einfach, es ist die günstigste Börse, die es auf dem Planeten gibt. Eine günstigere Börse gibt es aktuell nicht und natürlich müsste ich auch als YouTuber schauen, wenn es hier um Produktplatzierungen geht, welche Produkte ich meiner Community, also meiner Kunden auch anbiete. Natürlich verdient man hier gar nichts mit, weil die Gebühren einfach zu wenig sind, aber es ist eben das beste Produkt. Deswegen melde dich an, Link ist unten in der Beschreibung. Schreib gerne auch deine Gedanken in die Kommentare. Mach's gut, bis dahin. Ciao, ciao.